warte das kommt mir das kommt mir bekannt ist das nicht nach was sieht das aus jungs mädels da zieht ihr das ist ein laternen daran das sind vogelhäuser ich fühlte mich wie in china aber wir gehen da mal auf mal sehen was ich da finde das im nächsten video willkommen zurück aus china nein nur spaß wir sind immer noch im balztal aber hier sieht das nicht aus wie die chinesischen tore ich frage mich nur wo wir hier entlang gehen was uns erwartet erinnert mich an ein spiel das war sicher die invasion von den chinesen damals noch mehr ruhen noch mehr leid noch mehr schmerz ich konnte entkommen wir sind hier in china nein nur spaß wir sind immer noch im balztal ich habe hier mal die chinesischen tore gesehen also wenn ich mich verirren wollte dann helft mir findet mich und sagt meinen geliebten ich habe es gerne gemacht deswegen china hier ich weiß nicht ob das eine wegbeschreibung oder weg markierung ist aber wenn jetzt am ende von dem gang hier ein kloster ist oder ein schrein dann flieb ich aus habt ihr das gehört habt ihr das gehört habt ihr das gehört habt ihr das gehört aber jetzt bin ich ganz alleine hier die jagd man muss immer leise sein Okay, weiter gehts, oh mein Gott. Wir finden den Weg, die Sonne, die geht bald unter, da sind wir alle rein im Dunkeln. Versteck mich mal hinterm Baum. Wir müssen weiter, ganz leise. Interessant, die Jagd nach Ruinen. Ist das etwas dort? Ich weiß es nicht. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht wo wir sind. Ich weiß nicht wie lange es geht. Ich weiß nicht ob wir etwas finden oder nichts. Ich werde die Kamera anschalten, sofern ich etwas interessantes höre, sehe, spüre oder ich werde mich gar nicht melden. So bin ich raus. So macht es keinen Spaß. Wir sind hier auf einem offenen Feld. Wir sind hier in der Schweiz. Gehen wir zurück nach China. Jetzt sind wir wieder zurück. in der alten Ming-Dinastie. Es kann jeden Moment ein paar Ninjas, ein paar Samurais rausspringen, immer nach oben schauen. Das war ein Fail. Man kann nicht immer Glück haben. Man ist hier. Man versucht. Manchmal findet man etwas. Manchmal nicht. Das ist so eine Situation, dass man nichts findet. Und weiter rein möchte ich nicht. Weil die Sonne geht bald unter. Aber ich habe keine Ahnung wo wir sind. Ich habe kein Licht dabei. Ich kann gar nichts. Aber schön zu sehen hier. Sieht wirklich schön aus hier. Mit den roten Balken und roten Toren. Aber es wäre wirklich der Hammer gewesen, wenn ich am Ende von dem Weg ein Schrein wäre. Ja. Ja. Hört mal zu. Nice. Oh, eine Foto. Mal schauen, ja, das wird eine zweiteilige Serie, wieso habe ich das gesagt, das seht ihr ja, wenn ihr das Video anschaut, aber sonst, wirklich herrlich hier, schön ruhig, Spaziergang, was ich euch sagen wollte, es gibt ja so Baumfritzer, es gibt ja so gelbe Zeichen, wo darauf hindeutet, dass es ein Wanderweg ist. Wenn ich einen sehe, würde ich euch das von mitteilen, aber momentan sehe ich keinen, aber... Nice. Frische Luft. Das tut gut. Und die Lunge mit frischem Sauerstoff füllen. Nice. Wir sehen uns gleich. So, beendet dieses Video hier. Es hat mich gefreut. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert, liked, kommentiert, lasst mich wissen. Oder wenn ihr wissen wollt, oder besser gesagt, wenn ihr irgendwelche Orte habt, wo ihr gerne wollt, wo ich hingehen soll, was ich als nächstes besuchen soll, wo wir uns treffen sollen, oder irgendwas, irgendetwas. Lasst, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas von der Schweiz, jetzt momentan, wo ich bin, sehen möchtet. Und ja, wir werden sehen, ob wir als nächstes dort hingehen. Aber eines Tages wird es sein. Ja, ich habe euch schon mal gesagt, wenn es nichts dasteht, dann ist es trinkbar, aber so nicht. Was heißt hier? Da hat jemand geschlafen, hundertprozentig. Es sieht nach einer... Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, wo soll ich als nächstes hin. Lasst es mich wissen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Peace. Wie ihr seht, ist ein bisschen kalt hier. Aber ich habe solche Zeichen gemacht. Diese gelben Zeichen zeigen euch immer den Wanderweg an. Das heißt, wie ihr sehen könnt, hier ist alles von Menschenhand gemacht. Hier ist alles abgeholzt. Die Stämme liegen hier quer, dass nichts, dass falls irgendwelche Steine runterholen, dass sie dann dort gestoppt werden. Wie das hier aussieht. Irgendwo anders würde man das noch die Golden Aue nennen. Wir haben in Sri Lanka, Thailand, Philippinen auch noch. Es ist wunderschön, wunderschön. Aber wenn wir zusammenwachsen, dann kommt ihr ja mit. Weil ich nehme auch überall hin mit. Und ihr seid ein paar von mir. Aber beenden das jetzt nächstes Mal wirklich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Und falls ihr nicht kommentiert habt, geliked habt oder auch in den Folgen tut, dann tut das jetzt. Schreibt mir in die Kommentare hin, was ihr als nächstes sehen wollt. Ob ihr es gut findet. Wie es weitergehen soll. Alles auf einmal. Schreibt mir hin. Und bis dann. Peace. Peace.